Deutschland stellt nur knapp 1% der Weltbevölkerung. Zu wenig, um alleine den Klimawandel zu stoppen oder die Welt nach unseren Werten wie Freiheit und Demokratie mitzugestalten. Darum ist es gut, dass wir Teil der Europäischen Union sind. Mit 27 Mitgliedstaaten und fast einer halben Milliarde Unionsbürgern sind wir die zweitgrößte Wirtschaftskraft der Welt und ein globaler Akteur in vielen Bereichen. Zum Beispiel im Klimaschutz. Seit 1990 hat die EU ihre Treibhausgasemissionen um 23% gesenkt und will bis 2050 mit dem Green Deal der erste klimaneutrale Kontinent werden. Damit dient die EU weltweit als Vorbild. Außerdem ist die EU ein verlässlicher Handelspartner. Sie schließt weltweit Handelsabkommen und hilft damit Unternehmen neue Arbeitsplätze zu schaffen. Denn etwa jeder siebte Arbeitsplatz in der EU hängt vom Export ab. Das hat auch einen globalen Effekt. Über ihre Handelsabkommen setzt die Europäische Union weltweit Standards, die unsere Gesundheit, das Klima und die Menschenrechte schützen. Seit gut 70 Jahren ist die EU ein einzigartiges Friedensprojekt, das uns vor Krieg bewahrt hat. Unsere Sicherheit und Stabilität verdanken wir auch dem weltweiten Einsatz der Europäischen Union. Nur zusammen können wir in dieser Welt nach unseren Vorstellungen Einfluss nehmen. Gemeinsam sind wir stärker. Für unsere Zukunft und die unserer Kinder. W01 hang W01 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 W� W01 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 Vielen Dank.